Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video zusammen mit Buffalo und Andy. Ey, Mann, Alter, Buffalo, was machst du hier? Ich wollte mir Danny allein aufnehmen. Danny hat mich aber auch angerufen, also... Und du hast doch Angst alleine hier draußen. Ey, nicht streiten. Heute machen wir wieder nicht das falsche Killer-Grab. Oh, mein Gott. Und ich sehe schon Poppy Playtime, ich sehe schon das. Also, es wird auf jeden Fall mega krass, Freunde, zusammen mit Andy. Yeah, Mann, Alter. Und Buffalo. Buffalo. Yay. Alles klar, Freunde, seid ihr bereit? Ich bin auf jeden Fall bereit. Ich werde gewinnen. Ich nehme diese Truhe. Welche Truhe soll ich nehmen, Buffalo? Neh mal die goldene Mitte. Ich nehme die goldene Mitte und du, Andy, kriegst... Andy kriegt eine lila Rüstung, du Mädchen. Ey, was soll das denn? So, ich kriege jetzt eine Diamant-Rüstung. Was hast du? Oh, ich habe eine grüne. Ey, ich will auch eine grüne. Eigentlich muss ich die grüne haben. Ey, du musst die blauen, nicht die grüne. Ich bin Dandy. Ey, ich will nicht Buffalo sein. Hier, lass mal tauschen, oder? Na gut, hier, okay. Lass mal tauschen. So, zack, zack, zack. Ich bin die grüne. So, Andy, zieh mal deine lila Rüstung an. Ich werde diese Rüstung auf gar keinen Fall anziehen. Ich bin raus aus der Nummer. Oh mein Gott, Andy, du Spielverderber. Ja, dann verzieh dich doch. Okay, Freunde, Andy ist nach Hause gegangen. Der hat wirklich keinen Bock, sich die lila Rüstung anzuziehen. Aber, Freunde, und halli, hallo. Und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Dandy, vergesst jetzt nicht, den Kanal zu abonnieren. Die Glocke zu aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Lasst ein Like da, das würde mich sehr unterstützen. Und schreibt mal in den Kommentar, dann blende ich euch vielleicht ein Video ein. Und, Freunde, schaut das Video bis zum Ende, denn dieses Video wird mega krass. Wähle nicht das falsche. Killer Grab, Freunde, wie krass ist das denn? Und wir haben hier Poppy Playtime. Wir haben, da hinten sehe ich Squid Game Puppe. Komm mit, komm hier rein, lass mal gucken. Na, warte, nicht chill, chill. Ich will erstmal alle Gräber mehr angucken. Okay, auf jeden Fall krass, Freunde. Und wir haben hier sogar drei Gräber, wo keine Bilder dran sind. Das sind wahrscheinlich irgendwelche geheimnisvollen Gräber. Die fänden wir uns auch angucken, was da drin sein wird. Und ich würde sagen, fangen wir mit Poppy Playtime an oder fangen wir mit was anderes an? Was gibt es denn hier noch? Hier gibt es Siren Head. Hier gibt es sogar... Wollen wir mit Siren Head? Siren Cop. Siren Cop? Oha, sogar Siren Cop, Freunde. Oh mein Gott. Siren Cop ist krass. Der ist in Roblox richtig gefährlich. Also, Freunde. Ich würde sagen, wir fangen mit Siren Head an. Mit unserem alten Freund Siren Head, Freunde. Würde ich sagen, fangen wir an. Und danach machen wir Poppy Playtime, machen wir Squid Game, machen wir Siren Cop, machen wir alles. Und lasst Like da, Freunde. Und, Buffalo, wollen wir beginnen? Wir machen das Grab auf. So. Und ich würde sagen, wer fängt von uns an? Ah, Buffalo! Was soll das? Na ja, du fängst an. Oh mein Gott, Freunde. Oh, Siren Head. Darum habe ich jetzt gar keine Lust, Freunde. Ich hoffe, meine grüne Rüstung wird mich gut beschützen. Und ich würde sagen, Freunde. Let's go, Siren Head. Angriff. Oh mein Gott, der macht ja nichts mehr. Das ist ja richtig schwarz. Das ist ja wahrscheinlich das schwächste Grab von allen. Los, Andy, du schaffst das. Das ist easy. Das ist überhaupt... Oh, hat er nichts getroppt? Doch, der hat was getroppt hier hinten. Oh, Dietrische, Freunde. Buffalo, hier ist eine Kiste. Die werde ich jetzt aufmachen. Das war jetzt wirklich das leichteste Grab. Der hat sich halt nicht mal verteidigt, Freunde. So, let's go. Naja, also, ich meine, es werden ja auch noch schwer... Guck mal, hier gibt es ja noch Poppy Playtime. Ich glaube, das wird noch sehr schlimm. Das wird noch sehr schwierig werden, Freunde. Deswegen, das war jetzt das einfachste Grab. Also, Dandy, du brauchst echt lange für einen Schlösserknack, ne? Du als Flussmeister... Ah, ich habe keine Dietrische mehr. Ich habe nichts geschafft. Wie, du hast... Ja, ich habe nichts geschafft, Freunde. Oh mein Gott. Warte mal. Wofür kannst du was klar machen? Vielleicht liegen hier noch welche? Drei, vier Stück, keine Ahnung. Ich brauche nicht viele. So, drei, vier Stück, meinst du? Buffalo! Yeah! Yeah! Oh mein Gott, Freunde. Let's go! Let's go, Freunde. So, hier war das. Dann das. Das ist wirklich ein schwieriges Grab, Buffalo. Okay, doch, gar nicht so schwer. Also, ich bin schon ein bisschen enttäuscht von dir, Dandy. Warum? Oh, ich brauche Erde. Du hast echt lange gebraucht. Ich brauche eine Erde. Eine Erde, Buffalo, eine Erde. Ach, du brauchst... Komm, schnell. Ich bring dir. So, zack, zack, zack. Eine Erde. Ja, eine Erde. Ach, Buffalo. So. Dann wollen wir mal hoch. Zack, zack. Also, na, jetzt muss ich das hier aufmachen. Geh mal weg. Das ist ja Stein. Okay, Freunde. Ich habe einen OP-Apfel bekommen. Na ja. Hätte krass sein können. Dann würde ich sagen, Buffalo, gehst du jetzt zu diesem Squid Game Typen? Warum muss ich jetzt runtergehen? Weil, jetzt bist du dran. Na gut, aber wirst du mir helfen, wenn ich Hilfe brauche? Nein. Hey, schlag mich doch nicht rein. Hey, Freunde. Hier ist ja so eine Wache. Ja, das ist sogar die Vierkwache. Das ist die stärkste, Buffalo. Komm, du schaffst das. Will ich das schaffen? Squid Game mache. Guck mal, der hat nicht so viel Leben. Die macht voll viel Schaden. Ja? Die macht aber voll viel Schaden. Ja. Ja, egal, du schaffst das. Oh nein. Oh mein Gott, die macht echt voll viel Schaden. Ich sehe ja gerade drei Herzen. Aua, aua, aua. Und zack. Aua. Okay, ich dachte, ich komme runter und helfe dir. Aber. Das ist selber geschafft. Hat die was getroppt? Hat Adja Dietrich hier getroppt? Okay, Freunde. Let's go. Lasst ein Like da, wenn ihr das Poppy Playtime gerade sehen wollt. Ich habe ja vom Besten gelernt. Warte, ich kann das gleich. Oh. Und? Warte. Ich habe es von Dandy gelernt und ich habe es geschafft. Und? Was ist da drin? Wie cool ist das denn? Nein, du hast das Jetpack bekommen. Viel Spaß da unten alleine. Ey, bring mir Erde. Ich muss hier raus. Oh nein. Oh mein Gott. Brauchst Erde? Ich kann mir selber was hier abbauen. Alles gut. Wie viel brauchst du? Ich habe Erde. Alles gut. Hier. Achso. Okay, Freunde. Du hast das Jetpack bekommen. Wie ungerecht ist das denn? Können wir uns das teilen oder so? Na gut, aber wenn du jetzt runter gehst, dann gebe ich dir jetzt das Jetpack. Dann kommst du wieder hoch. Ey, für Poppy Playtime brauche ich das Jetpack. Poppy Playtime ist viel zu krass, Freunde. Dafür kriege ich aber das nächste Geschenk. Das nächste Geschenk? Okay, dann wollen wir mal. So, Freunde. Das Jetpack ist am Start. Let's go. Oh, ouch. Das hat ja sehr viel Leben abgezogen, Freunde. Okay. Worauf wartest du? Hast du Angst? Ich habe ein bisschen Angst, Freunde. Ehrlich gesagt. Willst du nicht da reingehen? Ja. Also, zu Poppy Playtime gehe ich niemals rein. Also. Das sieht doch so gruselig aus. Ich will da nicht rein. Sieht man den von hier schon? Ah. Hör auf. Geh jetzt da rein. Ich gehe ja schon rein. Geh rein da. Oh mein Gott. Ja. Oh. Oh. Da ist Poppy Playtime. Guck mal. Der guckt nach oben. Der guckt nach oben. Der will, dass du reinkommst. Äh. Der will auf. Der will dich ergreifen. Ich werde da niemals reinkommen. Der guckt nach oben. Der weiß, dass du da bist, Buffalo. Der kann dich schmecken und riechen. Oh mein Gott. Er will dich haben. Er möchte eine schöne Schildkröte. Okay, Freunde. Wir werden jetzt Poppy Playtime angreifen. Let's go. Poppy Playtime. Wie viel Schaden macht der? Oh. Der macht ja Schaden. Oh mein Gott. Der macht wirklich Schaden. Okay. Wir müssen uns. Aber wir haben einen OP-Apfel. Alles gut, Freunde. Wir kriegen das hin. Aber den sparen wir uns noch auf, Freunde. So. Zack. Zack. Du machst ja voll viel Schaden. Ja. Voll viel. Und. Bang. Easy peasy, Freunde. Dann wollen wir mal schauen, was in dieser Kiste drin ist. Okay. Das Schloss beginnt hier hinten, Freunde. Okay. Dann das hier. Zack, zack, zack. Und. Easy. Aufgemacht. Oh nein. Und. Was ist da drin? Oh mein Gott. Du glückst mir. So willst du das sehen? Komm her. Ja, zeig mal. Ich hab ein Lamborghini bekommen. Ah, ein brandneuen Lamborghini. Wie ungerecht. Nur weil ich das Jetpack haben wollte. Aber ich wollte das im Notfall haben, falls der zu. Weil es irgendwie Poppy Playtime durchdreht. Damit ich abhauen kann. Ich hatte echt Angst, Buffalo. Weißt du was eigentlich? Poppy Playtime ist gruselig, Freunde. So. Wie soll das? Okay, Freunde. Dann würde ich sagen. Glaube. Wollen wir diese eine Seite fertig machen? So, dass wir mit der einen Seite fertig sind? Du meintest ja gerade, du kennst den Kopf noch gar nicht richtig. Nee, ich kenn den gar nicht. Du kennst den also nicht. Nein. Warum schubst du mich hier runter? Was macht der? Der hat eine Sirene auf dem Kopf. Ah, gar keinen Bock auf den. Komm, du schaffst das, Buffalo. Der hat nichts drauf. Easy. Du hast mich hier runter geschubst. Ey, Hilfe. Nein, du schaffst das. Oh mein Gott. Was bist du für ein Freund? Hilf mir doch. Komm runter. Hey, Freunde. So. Was hat er da fallen gelassen? So, zack. Und? Wo fängt man an? Keine Ahnung, Buffalo. So. Ja, jetzt warte doch. Ich hab's doch gleich geschafft. Du bist doch schlecht. Kannst du bitte warten? Ich mach doch gar nichts. Ey, was? Ey, gib her. Nein, ich lass dich hier nicht hoch. Gib her. Gib her. Ich lass dich nicht hier hoch. Komm. Komm, bleib. Nein. 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 Bitte. Willst du das Jetpack haben? Ja, bitte, bitte. Ich möchte hier wieder raus. Bitte. Ah, danke schön. Das Ding ist, Buffalo, der hat Airpods gehabt. Aber was willst du mit Airpods? Du hast ja nicht mal ein iPhone. Stimmt. Ich hab nicht mal ein iPhone. Nee, aber die gehören ja schon dir. Alles gut. Wir sind freundlich, gerecht und fair, Freunde. Das ist das Wichtigste. Und zwar. Aber dafür musst du jetzt in die Squid Game Puppe gehen. Oh mein Gott, die Squid. Wir hatten ja gestern Roblox gezockt, Freunde. Falls ihr das Video nicht gesehen habt. Wir haben gestern ein Roblox Squid Game gezockt. Und da war die Puppe auch da. Und die ist auch so gruselig. Die schießt Laseraugen, Freunde. Die hat Laseraugen. Guck nicht da runter. Die darf nicht nicht sehen. Du schießt die Laseraugen oder sowas. Das ist halt gar keine Lust. So, ich geh erst mal rein. Jetpack an. Let's go, Freunde. Oh mein Gott. Okay. Angriff. Oh, die ist ja noch stärker. Oh mein Gott, die macht wirklich Schaden. Oh mein Gott. Ey. Ey. Warum bist du so stark? Du schaffst das. Los, Dandy. Ich muss, glaube ich, den OP-Apfel essen, oder? Nee, nee. Ich hab das noch. Boah, ich hab drei Herzen, Alter. WTF. Okay, Freunde. Ich würd sagen, let's go. Das Schloss sieht mir... Ah, Mist. Okay, aber ich hab's gleich. Ich bin echt schlecht, Alter. Komm, komm, komm schon, Dandy. Du schaffst das. Ja, ich hab's jetzt raus. Man muss hier. Und dann dir. Und dann hier. So, was haben wir hier drin? Ey. Ich hab ein iPhone. Ich bring dich um. Ne, hör auf. Drop es. Okay, ich hab. Du hast meine Kopfhörer. Hey, hab ich die nicht gerade gegeben? Ich hab die doch gerade getroppt. Nee, du hast die wieder eingesammelt. Das war ja nicht meine Absicht. So, also, ich hab hier ein iPhone. Ja, ich hab hier Kopfhörer. Und? Wollen wir uns tauschen? Also, ich weiß ja nicht. Komm schon. Willst du die unbedingt haben? Hier, 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 AirPods. Guck mal, wie cool die aussehen. Ja, okay. Wenn ich dir das Handy gebe, dann meldest du dich aber auch mal, okay? Okay. So, aber eigentlich kannst du mit AirPods gar nichts machen. So, ohne Handy bringt das eigentlich gar nichts. Das war eigentlich ein dummer Trade, Freunde. Das war so. Ich hab den Handel auf jeden Fall gewonnen. So. Wir haben jetzt hier drei anonyme Gräber, Freunde. Drei anonyme Gräber. Das heißt, hier sind keine Bilder. Hier könnte alles Mögliche drin sein. Ich würde sagen, Buffalo. Such mir mal eins aus. Nein, nein. Du suchst mir jetzt eins aus. Du gehst hier rein. Auf easy peasy. Brauchst gar nicht reingucken, was da ist. Let's go. Gönn dir. Hey, ich geh da nicht rein. Doch, du gehst da rein. Ich geh hier nicht rein. Doch. Ich geh hier nicht. Aua. Oh nein, hier ist Cartoon Cat. Was machst du mit Cartoon Cat hier? Oh, das ist sogar der Böse mit den roten Augen. Der ist sogar noch schlimmer. Der ist voll stark. Der ist auch so schnell. Der hat mich in der Ecke. Oh nein. Let's go. Buflö, Buflö. Leckeres Buflö. Was machst du da? Hör auf. Ich möchte nicht, dass du meine Sachen hier klaust. Ich klau hier gar nichts. Geh weg. Geh hoch. Bitte. Nein. Das ist mein... Warum? Warum? Ey, hör auf. Warum? Warum? Schaff das nicht. Schaff das vor mir aufzukriegen. Nein. Nein, nein. Komm her. Ich hab Lasergang bekommen. Ich bring dich um. Ich schwöre es dir. Okay, okay, okay. Ich hoffe, ich hoffe. Sorry, Freunde. Ich bin ein bisschen krank. Es ist mir leid. Ich hab die Lasergang nicht so krass gewesen. Oh mein Gott. Tanz! Das ist eigentlich meine, okay? Eigentlich gehört die echt dir. Aber ich kann nicht die benutzen für den nächsten Gegner, du hast. Du kriegst die für den letzten, okay? Dann gehst du jetzt aber hier rein. Okidoki. Oh, Sonic. Jetzt geh da rein. Oh, ich hab Angst, Freunde. Okay, let's go. Oh, der hat voll viel Leben. Oha! Guck mal. Ich mach mich schwer verweilig. Warum hat der so viel Leben? Dafür brauchen wir die Lasergang jetzt. Und... Wow, du musst... Bang! Easy. Lasergang ist zu OP, Freunde. Die Lasergang ist einfach viel zu OP. So. Hey, du klein... Du kleiner Buflö, du. Guckt ihr euch an hier. Guckt ihr euch an, wie er geiert. Los! Nein! Du bist schneller gewesen. Weißt du, warum? Weil ich das so fest haben werde. So. Nein, ich hab nicht mehr mehr Blöcke. Ich komm hier nicht raus. Komm, du kommst raus. Okay, das gesch... Weißt du, was da drin war? Was war da drin? Hast du es nicht gesehen? Okay. Komm her. So, wo bist du? Ich zeig's dir. Ein Helikopter! Ganz ehrlich, die kannst du haben. Den kann ich haben? Wie cool ist der denn? Der ist mega krass cool. So, Buflö. Du bist dran. Die Challenge besteht, den Gegner da unten, der da ist, zu besiegen ohne die Lasergang. Wie wär's? Mit der ganzen... Nein, nein. Wir gehen zusammen da runter. Aber wir kämpfen nur mit der Faust, okay? Okay, nur mit der Faust. Ey, lass mich jetzt aber als erstes schlagen, weil ich hab einen goldenen OP-Apfel. Und dadurch kann ich den Notfall, weil ich ja... Er würde mich angreifen. Äh, du weißt schon, was ich meine. So. Let's go. So, ich komm... Was? Oh, die Horrorlehrerin! Scary Ticker! Was macht die denn hier? Oh mein Gott. Okay, Freunde. Ich hoffe, wir haben unsere Hausaufgaben einfach nicht gemacht. Ich würde sagen, let's go! Mit der Hand! Komm, Buflö! Die hat ja richtig viel Leben. Ja, das liegt nur daran, dass wir wenig Schaden machen. Die hat nicht so viel Leben. So. Mit der Hand! Stimmt. Mit der Hand! Okay, ich esse diesen OP-Apfel jetzt. Einfach mal. Einfach so zack. Jetzt bin ich unbesiegbar. Ich versuch mal jetzt die... Hör auf die! Die greift mich an! Bitte! Los, los! Hör auf die zu hauen! Dann greift die mich an! So! So, das ist die Challenge! Wir sind aber echt stark! Wir sind auch zu zweit. Das ist der Trick. So! Aber du weißt schon, dass der nächste Preis meiner ist. Meine Dietricher! Ganz ehrlich, mach du auf. Ich weiß, was passiert. Ich weiß, was passiert. Ich hab gerade auch meine Kissen selber aufgemacht und hab es geschafft, rauszuholen. Hörst du das Geräusch? Das Geräusch der Gier? Das Geräusch, dass ich es bekommen werde? Wir geiern gerade so hart auf die Seite. Du weißt ja nicht, wann ich fertig bin. Ich spamm einfach. Naja, irgendwann musst du ja aufhören, oder? Buffly, mach jetzt auf! Da war nichts Besonderes drin. Ja, komm. Was war da drin? Ein Kuchen. Ein Kuchen? Hier, ich... Nimm das Jet... Brauchst du das Jetpack? Äh... Ich brauch noch... Dankeschön. So, Freunde! Da war ein Kuchen drin. Das ist halt eigentlich das langweiligste von allen gewesen. Aber die anderen Sachen waren richtig cool, Freunde. Und! Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr sehen wollt, lasst ein Like da, abonniere den Kanal, aktiviert die Glocke, schaut bei Buffly vorbei und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020